ein Pilz Gletsch, 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 Gletsch oben ist noch eine Truhe, die nehmen wir definitiv noch mit also ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte bis jetzt relativ selten das problem, dass ich hier fast gestorben wäre in einem Kampf das einzige mal war glaube ich irgendwie gegen Arturius oder so aber da ging es ja auch nicht anders man hat auch halt hart auf den Sack bekommen von ihm was logisch ist und weiter platschen guck mal andere Monster, hier sind ein paar Vögel dabei lass mich in Ruhe, du auch ist hier oben noch irgendwas anderes außer ah ja ah zum Glück sind wir ungefähr gleich schnell oh da suche ich hier die Truhe das ist 242, ne die hab ich nicht aber eventuell auf dem Rückweg ach guck mal hier so giftige Dings aber wenn der hier ist, weiß das doch auch, dass hier irgendwo in der Nähe noch eine geile Truhe sein muss oder? nicht? das ist hier jetzt gar nicht geguckt, welches Level der hatte aber egal egal nein ich brauche mal ein bisschen Speicherpunkt das macht mir ein bisschen Angst sorry oh willkommen zurück im Wald gibt's definitiv jetzt aber andere Monster ach scheiße ach scheiße blöder Mist-Oga bin mir sehr sehr sicher, dass es hier vorher noch keine Oga gab ka-ching Läuferglück die hätte ich glaube ich schon mal äh wie okay ja hm 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 Mich nicht an, sonst würde ich irgendwann mal zurückkommen. Ich glaube, die hackt's. Kann ich noch nicht. Aber mittlerweile weiß man, wofür die sind. Das ist gut. Und das ist hier auch, glaube ich, nur eine Abkürzung. Oh ja, jetzt gibt es hier auch die anderen Monster, oder? Dich auch gleich mal. Fuck off, Mann. Wie fucking in den Neuen kann man denn bitte sein? Ab durch die Mitte. Ach, Schnabel halt. Nein, da komme ich nicht weiter. Oh, das... Oh, das ist gut. Oh, schick. Definitiv eine schicke Klinge. Äh, aufgewertet, glaube ich, sogar besser als meine jetzige. Müsste ich mal gucken. Klar, Spawner, du rülpst mich direkt an. Nee, du bist Vieh. No, falsche Richtung gelaufen. Wait a second. Hä? Okay, ich bin stupid. I am fucking stupid. Ach, ja, alles klar. Ich weiß, warum ich stupig bin. Warum bin ich so stupide, so stupide, so stupido? Ich glaube, so weit drin war man im Wald noch nie. Ich bin ziemlich sicher. Warum wurde die Kamera gerade so hochgezogen? War ich das? Nee. Neues Gebiet. Zenturio in. Klappe halten und auf geht's. So. Schon ein bisschen Bammel davor, was uns da zu Hause erwartet, ne? Sicherlich. Schnabel halten. Kräuterkundige, aha. Oh, noch, hier wollte ich gar nicht hin. Aber ich muss auch bestimmt noch irgendwo eine Truhe. Äh, 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 äh. Klappe. Ja, wir sehen mal eine Truhe mit. Okay, warte mal, ich möchte mal kurz mal an die Seite stehen. Kubaatspuppe. Nein. So, 276 Zählen haben wir mittlerweile wieder. Das ist sehr gut. Dann kann man nämlich doch auf der Rückgräuse die Tour aufmachen. Wenn wir da lang kommen, überhaupt noch mal. Nun, er ist. Pinels. Der wiederum ist gar nicht schlecht. Den nehmen wir mit. Warum ist ja schon wieder ein Speichelpunkt. Der ist so. Oh. Oh. Ich bin mein Bauchter. Das war's für heute. Ich hab das nebenan da, so ein Eis. Schaut mal einen schönen Strike da zwischen da an, so... Zack, das ist es. Holy shit! Der Level-Hagel. Auferstehung. Neue Fähigkeit. Himmlisches Glacid. Gewährt auf Normal-Schwierigkeit und Höhe eine zufällige Fertigkeit. Gegen Halbmenschen gepanzerte Unterfuhren. Ich glaube, das schaut, okay. Wieso? Niko... wirklich... Bel... Mhm. Hm? Mhm. Oh, okay. Die Quarzklinge. Oh. Nee, warte, das war ganz die Quarzklinge, ne? Da. Auch nicht hässlich. Aber nicht gut. Komm, das war knapp. So, jetzt schnell raus. Ähm, ja. Krass, er lebt tatsächlich noch. Ich finde die Worte. Hey, ja, ich weiß, dass ich gerade in die falsche Richtung laufe. Ich möchte kurz speichern. Wo ich den Kampf nicht nochmal machen muss. Just in the worst case. Und ich glaube, ich mache ja auch direkt einen Cut, weil ich heute nicht so viel Zeit zum aufnehmen habe. Äh, darum sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tales of Berseria. Ja, bis dahin reingehauen. Ciao, ciao. 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 Ciao.